hallo und herzlich willkommen zurück zu need for speed world ja es hat sich so ein einiges einiges verändert dafür da kommt die autos vorbei gerast wie man sieht hat der da drüben einen lexus is 300 mittlerweile anstatt den lamborghini genau wie ich denn auch habe normaler sieht ein wenig anders aus viel stylischer ja nochmal der grund warum ich den lamborghini verkauft habe gedacht ich bin direkt am anfang direkt so ein auto das werde ich will schon so gesehen in diesem spiel wird er reichen ich habe mir so einen lamborghini allen weg rase so nicht ich wollte auch so ein bisschen dazu was sag ich mal zu tun haben und da kommt so ein wertes aus angefahren war apropos unser lexus den werden wir zwar behalten aber wir kaufen uns erst mal ein neues deswegen gebe ich mich jetzt zum stützpunkt und gehe zum autohändler autohändler der nexus wir haben auf jeden Fall bei behalten für stufe 1 rennen etc und zwar haben wir jetzt auch noch eine stufe 2 wagen richtig wagen kaufen wir kaufen zu dir den gleichen ja und zwar gehst du einfach zum subaru übretzer wer ist die wir existieren auf royal purple bau 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 bei der großen normalen bau bau so okay ich koche dann jetzt mehr das war der gleiche wagen sie fällt etwas anders aus damit ist es ein bisschen schlechter meiner Prozent jetzt muss ich erst mal gucken es geht erst mal zu indem two but zero mit of course ich finde so richtig hässlich andere kopf war der so schon etwas besser ist Alter, ich hab 16.000 Geld Dings nur noch. 16.000 Geld Dings? Aber, lackier ich aber auch erstmal so, kann das nicht bleiben. Überhaupt nicht. Achso, hier ist schon ein Motor drinne. Achso. Deswegen ist der besser. Ach, du hast dann so gesehen jetzt schon ein Motor drin? Ja, ich hab ein Motor schon drinne, ja. Drei. Achso, da gibt's doch bestimmt bessere, oder? Warte, das sind Bremsen. Ja, warte, war jetzt schon erforderlich, leck mich. Ach, ich mach dir einfach Schmatz. Boah, 7.000, für diese scheiß Bremsen, Alter, gehen wir nicht auf die Klöten, ey. Dann nenn mich schon lieber die, die übrigens zwar nur 3%, aber kostenlos, weil die immer in meinem Inventar sind. Ja, ich hab auch noch welche, ähm. Auf, auf, Aufladung. Ey, was hat der denn jetzt? Fünf gemischte Farben, 2.500. Das Ding ist schwarz. Fail. Äh, die Verlösierung beenden. Alles abbrechen. So, ho, Aufladung. Fahrwerk fehlt mir noch. Ein fahrbarer Untersatz so gesehen. Schwarz. Oh, 8.000, das kann ich dir schon mal leisten. Ach, ich hab 54.000, warum? Ja, ich hab nur auch 16.000. Das ist schlecht. Ja, du hattest ja auch den Geldmultiplikator, weil du am Anfang irgendwie mehr Boost hattest. Ja, ich weiß nicht, wie das kam. Okay. Speicher. Kann ich diese Scheiße nochmal weggehen? Geh ich jetzt da zum Tuning-Schub. Inventar, bitte. Kann das mal verduften, da unten. Das ist eine Stufe 1-Teile. Speichern. Ich hab ein getuntes Getriebe. 3% Höchstgeschwindigkeit, 2 Beschleunung, 3 Handling. Schön, der Idle. So, Lockiererei. Der wird jetzt erstmal instant schwarz gemischt. Jetzt schwarz gemacht. Und zwar... War man denn... Äh... Neuer Motor hier. 15.000. Matt. Matt. Matt Schwarz. Ich rede von Matt Schwarz. Schwarz, hallo. Jetzt... Ehh... No. Kannst du diese Scheiße mal weggehen? Wohl ich will schon... Ja, komm ich da hin. Hä? Oh fuck. Ich hab ja gar kein Geld, ey. Mann. Ich möchte diese ganze Scheiße weghaben. Warum ist da immer noch Lilla? So, dann mach ich jetzt hier mal Speicher. Versteh ich jetzt aber nicht. Ich bin recht eine arme Sau, was das Geld angeht. Ne, ne, ich bist du nicht. Ich hab kein Geld. Ich muss mir jetzt echt sagen, dass ich die Kerre nicht umstylen kann. Die Kerre ist nämlich ordentlich hässlich. Ich meine, das ist... äh... schwarz. Ja, aber meiner... Der heißt ja Royal Purple. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich niederlassen muss. Weil das wäre richtig assi. Entfernen! Stirb! Moment mal, gerade ihr irgendwie... ... meine Gardinen zumachen, sonst sehe ich nichts mehr auf dem blöden Bildschirm. So, jetzt haben wir Quito-Stuhl. Yeah! Äh... Vielleicht müsste ich mal hier... Evental? Äh... Boah, Alter, das muss man da weg! Waaat? Was?! Wer sagt, hier gehe ich 1000... mein 100?! Aber halt, ich scheiße doch mal lieber, ganz ehrlich! Ja! Ah, da hinten ist das... Son... Verdufter! Oh Gott, ist er! Oh Gott! ich eigentlich egal ach ich hab auch nicht wie das Optikpaket gedöhnt kaufen können wir einfach mal instant diese ganzen Scheiß Licht verformt ich verform das Vinyl ich lösch hier einfach alles hier bleibt nichts bestehen wiedersehen so jetzt hab ich wunderbar schönen weißen meiner ist schwarz schwarz speichern so jetzt kann ich doch sicherlich das Auto wunderbar schwarz machen wunderbar jawoll so sieht das hier einfach mal 1000% besser aus ne wachter die müssen so ein bisschen nechtes blau oder so dunkels blau äh äh glatt ich mir einfach mal das NFS-Teil das Zeichen da auf die Motorhau und auf die Tür jetzt mal hier noch ein Zubehörschub irgendwie rausst du bei mir oh okay das ist bei ihrem Mikrofon ja nicht gerade unüblich hallo bei einem shop bämms oh 13.000 ich hab 1200 bin hier schockt da war ich aber ich hab das hier noch okay was geht workshop oder bis 17 okay ne also ja warum ist das S.C.I. jetzt da in pink stehen also nicht nett so so das ist mein ganzes Geld vom Lamborghini dahin das stimmt wunderbar also das doch mal richtig haben aus ehrlich sagen ich hab mir ein bisschen mehr vom Wagen erhofft warum ich weiß nicht irgendwie ja doch ne scheiß fand fick dich hallo was man hier jetzt auch noch zeigen wollten das macht man auch gleich wenn der ITA fertig ist weiß ich nicht wie lange der jetzt noch braucht aber ja was kommt der Typ denn vor mir zu bilden das ne also wir wollten euch ähm die Teamflucht zeigen ich kommst jetzt nicht dann auf Stufe 2 die haben wir logischerweise noch nicht gemacht weil wegen wir haben ja jetzt erst Auto Auto gekauft Auto gekauft den Dut genau ähm ich brauche nicht mehr lange ok ich würde was fragen brauchen sie werden sie noch lange gebrauchen ne ne ich brauche nicht mehr lange ne ne ich brauche nicht mehr lange äh ich muss mal grad irgendwie ein Stück trinken mein Gott ach der ist schon tiefer gelegt sogar ja hm wenn du jetzt noch sagst was das bringt weiß ich nicht optik buggerde hm boah alter kosten die viel what the 13.000 oder ne ja ja kann ich beschleusten was hat mir das jetzt gebracht nix inova schon besser flow ne pressure offroad bam oder transform shit kaufen also die tief verlegung für 3 koste 800 boost ja die bei mir jetzt die ist jetzt bei mir drauf ja die ist schon drauf ja genau die ist schon drauf also man das warum gibt es scheiben das ist sowas von dumm dass es diese scheibentönung nur also nur mit boost gibt das ist doch dumm naja ich würde mir gerne diese neon lichter holen aber ja die sind auf jeden fall chillig ja ich wollte sagen die sind ganz ganz neu vor allem so blau alter sieht das nice aus ja ich muss ehrlich sagen ich bin viel zu karisch dazu ja ganz ehrlich ich meine ich kann ja für vieles auch ein bisschen geld ausgeben aber das ist mir dann doch wirklich ein stück zu teuer also ne ich meine mein design was ich habe also mein kanaldesign das kostet mir hat mich ja auch nicht gerade wenig gekostet also 10 euronen so haben wir so eine stufe 2 flucht fahren naja klar äh ich teleport mir einfach mal dahin ich habe keine ahnung was für ihm also wie die daten jetzt von mir sind also ja kann man ja gleich gucken jo so lad schneller ich sagte lad noch schneller just be dick gruppe einladen lobby betreten ja schon in der gruppe boah 414 geschwindigkeit habe ich 380 beschleunigung alter also 1000 mal besser sagen wir uns ehrlich look ja ey ey look ja schon aber du hast nicht alle teile drin ne 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 ich habe ein getriebe drin einen motor ja das kommt noch du kommst auch bestimmt so hoch nur ich weiß nicht ob der motor bei dir so gut sein wird wie meine aber ich glaube meiner ist ein stück besser ist besser wie der von äh also die die man da kaufen konnte lass mich nicht lügen ich glaube beschleunigung und höchstgeschwindigkeit hat der motor bei beiden plus drei prozent ja ich hoffe mal dass wir jetzt hier lang mussten ja ja irgendwie ist mir der wagen gerade doch was war der boah krass alter was hat der für ein handling what the fuck was geht denn hier ab wurde auch schlecht wow geht voll ab also was geht denn da ab was hier direkt abgeht wow wo ah ja ungefähr sieben minuten für ungefähr 18 km grad gehabt oh oh das macht bestimmt fun haha aber am anfang stand da sieben halb minuten 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 für 18 km grad oh ne oh man die war nur die war nur drauf geh weg bushalterstelle was machst du denn da bushalterstelle stand im weg was steht er denn also so wie das momentan aussieht so falsch normal nie sonst fahr ich extrem scheiße das ist genau so einfach mal drauf fahren wow haha schön geh weg oh man super schön ja die stufe 1 verfolger können wir damit ja nicht fahren was macht das Auto da muss doch stehen ne guck mal es war so eine kleine lücke da wollte ich durchfahren da kommst du ein behindertes verkehrsteilnehmen das normale Auto da und verschmerrt die Lücke für dich also durchfahren wollte ich bin mir noch nicht ganz sicher ob das schaffbar ob die das schaffen jetzt hm ich bin in die Verfolgung selber noch nie gefahren so ein hohes Level hatte ich in NFS World noch nicht ne oh oh und ich hab das spiel jetzt das erste mal aber gut das haben wir beim letzten mal auch schon erwähnt und es ist jetzt bis ich glaube gut ne Woche uuua ne gute Woche her dass wir aufgenommen haben weil wir nehmen halt einfach einmal die Woche auf weil wir auch nur einen Part pro Woche quasi raushauen weg da so wie gut dass ich diese ganze Teile von Need for Speed hier kenne ich kenne jeden fast jeden Winkel und jede Ecke und Winkel kenne ich hier ich kenne nix wow hallo what the fuck ja hallo ich wollte nur so ein Tipp geben NFS hat sich verkleinert xd krass verpisst euch das geht ja gar nicht hallo black screen black screen was willst du von mir ja danke hallo bitte gerne wieder nochmal zocken wow what the hell alter warum was ich das spiel denn jetzt verkleinert weiß ich nicht wieder sein können ey es wurden sich schon wieder geschnappt keine freien DirectX Ressourcen alter willst du mich verarschen scheiß grino zerotz nfz 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 wie soll ich denn bitte 4,5 minuten also 10 km in 4,5 minuten schaffen ja also ich hab jetzt nfz tot ja das ist jetzt super scheiße äh ja die frage ist was ich jetzt machen soll fort zu ende au also ich hab jetzt hier 15 minuten 80 ich kann jetzt hier einfach noch beim bei dir könnte ich aber sogar einfach weiter reden ja genau dann machen wir einfach hier nach dem Part quasi dann einfach beenden ja ich schreibe ja am besten meine Beschreibung bitte beim also besser beim EAT gucken jetzt sagen ihr wollt mal ein Fels sehen dann könnt ihr bei mir gucken aber ich hab kein richtiges Ende ich hab kein Ende ach komm ich davon denkste ich würde jetzt mal gerne auf eine gerade kommen ach scheiß das war keine keine gute Idee oh alter willst du mich verarschen ja leck mich ja leck mich was ist das denn wieder für ne scheiße alter verarsch mich doch nicht alter 10 km in in 3,5 minuten ne schaff ich nicht aber ich fahr jetzt einfach zu ende ich will jetzt nämlich mal alter alter diese rhinos ne die sind sowas von nervig es ist einfach nervig man will einfach man will fahren das einzige was man sieht ey alter ich komm mir auf keine ich komm einfach auf keine Geschwindigkeit ne ich will die ich will die ja ich wollte hier gerne mal fahren hm ja das ist mir immer das Problem ja komm ey mieser kann man ja genau genau da willst du mich verarschen halt da verpiss dich einfach nur ach gott da 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 ich glaub hier gibt's noch voll die Abkürzungen die ich jetzt gerade hier alle nicht fahre ja ich fahre ich kenn die Strecke nicht deswegen ne also so kenn ich sie nicht nö ok ich hatte noch nie Stufe 2 Wagen in NFS World also ja gut ich hab immer dass mein erstes war mein höchstes Profil war bis heute Level 13 und da hat man noch keinen ordentlichen Stufe 2 Wagen hä das ist doch sogar komisch ich kann hier irgendwie zwei Richtungen fahren hab ich das Gefühl äh weil die Strecke da so hell ist äh da verpiss dich einfach nur ja die glauben auch ich fahre einfach über das Nagelband da ja das denn jetzt sagen sie oh das war nix ah das war nix uh da haben wir zu kleine Lücke gelassen das erste Mal Tetris mir ein bisschen was gegönnt für 5 Tage habe ich 45 Tokens bekommen 50 HP Panzer und einen Tag Speed Up 60 Sekunden bis zur Flucht ach du scheiße und wie viel musst du fahren 3,7 boah ne ehrlich geht doch nicht ja ich fahre trotzdem weiter ich gebe nicht I don't give up don't give up no ich halte schon mal die 3 bereit hier falls ich über den Nagelband fahren sollte hm Alter weil ich jetzt gebe ich Gummi 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 OOHHHHH Hallo Boah Alter diese scheiß Rhinos ey ganz ehrlich die hat's mir jetzt echt versaut glaub es mir ja versau mir mal los der Affenball zack ich das jetzt einfach mal instant nicht schaffe wegen dem Affenmensch da ey kleines gescheißhaufen gescheißhaufen da boah bin ich blöd so fahr ich denn in den Rhein OOOOOHHHHH einfach mal das Haus weggefetzt und verkackt es kommt 5 km fehlt mir ok naja gut dann beende ich hier und gucken dass wir das nächste mal dann keine Fels drin haben tschüss tschüss das ist doch und so